Ach willst du hier so ein Parcours reinbauen? Ja, morgen eigentlich nicht. Muss mir aber alles da hinten anpassen. Passe an, so viel du Bock hast. Danke. War gar nicht extra. Aber die waren genau 25 Punkte immer noch in Ordnung aus. So, wollen wir noch eine Fokuss irgendwo hinstellen, wie Simon gerade gemeint hat. Da wir eine haben. Nö. Zeigen wir so, die Amp hat noch einen Punkt, den sie erreichen könnte. Ja. Hier hinten die Ecke, wo ich gerade drauf zeige. Mhm. Ja, wir haben da noch einen Fokuss hin, warum nicht? Klar. Könnte natürlich auch eine Gauss oder so sein. Ja, aber eine Gauss macht recht wenig Sinn. Die macht ja viel Schaden auf einen. Wir haben so einen Fokuss, der wunderbar schnell umstritten kann. Können Sie noch jemand kurz Sender upgraden? 125 nur. Ja, warte. Treff ich schon. Dauert bloß ein bisschen. Ah, ist ja wie... Das ist nicht unkommentiert. Funktioniert doch. Umständlich. Sehr umständlich. Hm. Ich glaube, ich baue noch eine Gauss. Oder wir overchargen einfach weiter unsere einzig wahre Liebe. Denk ich wäre am ehesten was dran. Nö, eher... Okay, doch nicht. Markus? Mhm. Auf zu hüpfen und pack deine Punkte da rein. Meine Punkte sind in der Gauss. Aber nicht alle. Du hast noch 50 Punkte und die packst du jetzt ein. Au. Ich hab 50 Punkte. Wer lesen kann. Ja, ich bin leicht Liebe. Oh, und die packt der in die Gauss. Ja. Ja, die muss auch Level 3 werden. Aber die wird doch... Egal. Warum steht da hinten eigentlich so eine einsame Fanfare rum? Ach. Weil sie kann. Da hinten... Eigentlich sieht das aus wie eine recht leichte Runde. Wir haben keine Heiler und keine Dingsviecher, oder? Soweit ich seh nicht, nein. Nur 12 Milliarden 3,50 Spucker. Hm. Aber mit ein paar von den Spuckern kann ich's aufnehmen, bis ich sterbe. So, machen wir mal. Ey. Wo kannst du arbeiten? Aber kontinuierlich jetzt nach links und rechts nehmen ist das nicht. Wow. Also der Fokus macht riesig scharf manchmal. Holy. Fuck. Was ist denn bei dir los gewesen? Ach, ich hatte gerade alle 26 Spucker aufgehalten, die haben sich halt einfach so mal im Kreis. Okay. Okay. Du Kachel. Du mich auch, ja. Übrigens sind die großen Masken nach der Elektrostrahl, der Fasmastrahl, der Tesla-Strahl... Ja. Unglaublich viel Sinn, weil der so einen winzigen Flächenradius hat gepasst und der meist drückt. Es ist glaube ich, dass er langfällig ist. Wenn er da... ... Der ist glaube ich, dass er langfällt. Hmm. Ich glaube, dass schieße durch. Die Gegner durch. Das, das nämlich auch. Easy going. Okay. Guck at that timelimit! Jaaa... Erstmal 62%, das muss besser werden nächstes Mal. Gaus braucht noch 50 Punkte, der Rest kann in das Teil reinhinten. Ich muss so work nicely. Insgesamt kleine und große Läufer zusammengerechnet. Also, ich würd fast sagen, Motiere sind wichtig. Oh, was? Ach klar, kann man ganz abschliessen? Kann man nicht. Ach, die haben so ein kleines Auge vorne. Das ist ja eine Schwachstelle. Ja. Ja, ich steh meistens nur hinter dem. Also, ein bisschen. Ja. Oh, wir haben Flügel hier auch. Ja, ja, wir haben auch hier. Ja. Gar nicht viel mehr. Mal schauen, ob das Ding jetzt schaden muss. Ja. 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 Cool. Ja. Ach ja, und, ähm, bau mal. Ja, bau mal. Ja, da hinten kann man nichts mehr optimieren. Glaube ich. Und optimiere da, wo noch Platz ist. Nämlich die ganze obere Hälfte. Lass sie laufen. Lass sie lang laufen. Lass sie lang laufen. Lass sie sich an ihr Mikrofon schlagen und laute, kratzige Geräusche von sich geben. Ich hab nicht ein Mikrofon geschlagen. Egal, auf jeden Fall war's ein lautes, kratziges Geräusch. Habe ich nur anders hingesetzt. Ja, das sollte man auch nicht tun, wenn man aufnimmt. Unprofessionell sowas. Unprofessionell. Ja. Ich kann gut Deutsch. Unprofessionell, ey. Ja. Das wir die gesamte Kernaussage zerstört. Was? Kernzerstören? Das versuchen wir die ganze Zeit aufzuhalten. Auslage. Kernaussage, nicht Kern. Aussagen ist egal, Kerne müssen nicht zerstört werden. Und hundert Prozent. Endlich arbeitet er auf voller Leistung. Hm, naja. Bis zur voller Leistung ist noch ein bisschen was hin. Können wir? Hat das da überhaupt ne Cap-Grenze oben? Ich glaub nicht. Wahrscheinlich bei 999 oder so. Ja, irgendwie sowas. Ach, natürlich krieg ich das mit den meisten. Ja, ja, die mich auch. Ja, so wie es sein muss. Oh. Achoo. Das war's für heute. Das sind so viele, da hau ich einfach mal mit meiner Hasma-Kanone rein. Ja, warum nicht? Und dir in den Rücken zu schießen macht das Ganze nicht besser, weißt du das? Nicht? Ich dachte wirklich, ne? Oh, ich frack schiebe hier ein. Mein Rücken ist zwar eines der besten Teile, die ich mir vorstellen kann im Leben, aber... Das Rücken ist schon was Geiles. Mhm. Aber damit es deiner ist. Ich freu mich schon, ob ich erst mal wieder Plus Plus. Was lass uns doch ein bisschen rumflirrt, ne? Ähm, Läufer, Moment, Plus, 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 Plus. Echt? Plus? Ja, hier, Kais, der Plus ist noch ein bisschen rumflirrt. Haha. Sieben Plus. Aber tot. Geil. Angriff der Plusse. Die Mathematik kommt zurück, oder wie? Viel zu positiv, ja. Das Imperium schlägt zurück, die Mathematik schlägt zurück. Wow. So, da sind Spucker, Viecher und Kram. Da sind noch mehr Spucker, Viecher und Kram. Und da sind heiler Läufer und Kram. Das ist toll. Aber keine... 11,8% Bestärkung. 11,8% Bestärkung, wo? In der Amps. Alter, ich hab's nicht! Dieser eine rote, dieser eine rote Knopf hier, der ist einfach so unglaublich... Die Hitbox von dem ist einfach so unglaublich viel zu groß, ne? Ist mir normal. Finde ich nicht. Wir haben zwei Amps. Was? Wir haben eine. Da fegt nur gerade so. Ne. Irgendwas hat was von 11% gesorgt. Ja. Wobei ich die 100 natürlich der Einfachheit weggelassen habe. Als du 100 sind zwei Silben, das ist viel zu viel. Das ist ineffizient. Weißt du? 30! Weiß ich? Da. Okay. Oh. Dafür springe ich dir erst auf den Kopf rum. Hab ich gerade irgendwas abgebaut? Oder wer hat das abgebaut? Keine Ahnung. Mir gehen gerade so ein bisschen die Sounds... Ich habe gerade, obwohl ich nichts gemacht habe, diesen Punkteübertragung-Sound gehört. Ja. Vielleicht, weil ich dir am Kopf getreten bin? Ne, ne. Als ich die drei Teile an dich übertragen habe, habe ich das Plattformen-Abbauen-Geräusch gehört. Deswegen habe ich gerade nachgeschaut. Habe ich was abgebaut oder nicht? Aha. Oh, ich habe ja nichts abgebaut. Dicke Schwamm. Ich bleib hier. Ich auch. Okay, ich geh nach da hinten und lass dich töten. Brav. Okay. So muss das. Du kannst dich machen, ich komm zu dir. Brav wirst du nicht sagen dürfen. Wir werden an beiden Stellen sterben, also ist doch egal. Okay. Ja, werden wir eh. Mehrmals. Wir können so viel wie wir wollen. Ja. Ja. Das klingt nicht richtig für mich. Ach, ja genau. Die Leute, die Viecher schlagen mich gegen den Kampfläufer. Und der Kampfläufer blockiert dann meinen Weg und die kesseln mich dann ein. Ja, ja. Mit der Highlight hätte ich abgehört, das fällt mir gar nicht. Spieler und Tanks sind immer keine, keine nette, ähm... Keine nette Kombi. Seh ich nicht gern. Alter! Können wir auch wenn überall diese scheiße Störgertüge kommen zu rennen? Immer von hinten schlagen müssen, wenn die von vorne zur Zeige sind. Also hier ist Eckflüger-Elepfer. Wo ist hier? Ich glaube, Marcus da steht. Wo steht Marcus denn gerade meine Hüte? Links oder sich selbst. Da greift einen jemand an und man hat freie Sicht auf Verlangsammlung. Langsam umfällt. Ja. Einer? Penetrier mal lieber den Kampfläufer. Penetrier aber nicht. Du musst ihn aber nochmal von ihm legen, sonst geht's nicht. Da hast du ihn. Hast du ein Glitzerfetzen? Ja, gut. Hä? Achso. Siele. Da sind viele. Da sind viele. Ist aber egal, weil... Wenn man da mit der, ähm... Ding rein geht. Oh ja. Da geht's nicht. Oh ja, du hast du einen Glitzerfetzen. Oh ja. Ich bin der Glitzerfetzen wieder. Das ist alles gut. Ah, ganz ganz viele Motierer. Aufkommen. Ganz ganz viele Motierer und von Zeigen höre ich erstmal beautiful. Wir können immer noch zwei Töme sitzen theoretisch, aber hey. Würde allerdings nicht viel Sinn machen. Okay, ready. Ach, wenn ich jetzt Markus wäre, würde ich sagen, Gauss macht immer Sinn. Ja, die Gauss steht ja schon. Ich bin zufrieden. So, da kommen sechs von den Viechern raus. Warte, ist das an allen drei Seiten wie dasselbe? Ne, da hinten sind die Schweber noch dazu. Also eigentlich praktisch was, wenn die Krieger totkriegen, bevor die sechs Viecher die hochpushen. Ich muss aber sagen, ich verstehe es nicht. Die Tesla-Waffe hat so ein wunderschönes Glas-Holofeld, das man einfach nicht verwendet. Hä? Zum Zoomen. Also zielen. Du kannst damit zielen. Ja, aber nicht über das Fenster. Hä? Moment. Geh mal kurz in den Bereite-Schadows raus. Einmal Daniel. Let's get started. Alter, jetzt habe ich nicht verstanden. Doch! Also, ich habe die Tesla-Spiel-Eberkann nicht ausgelöstet. Wobei, das ist sogar... Ich weiß, ich weiß. Das ist sogar exakt dasselbe Visier, was ich auf meiner, ähm, auf meiner, auf meiner Minigun draufhabe. Sie ist gerade, ja. Warte, hör doch mal auf. Das finde ich nicht witzig. Doch, das macht so ein tolles Geräusch. Und ich weiß, ich muss nicht veröffentlichen. Ich muss nicht veröffentlichen. Und ich weiß, ich weiß, wie ich das in der Richtung hab. Ich weiß, ich weiß nicht, was ich nicht veröffentlichen kann. Sie ist einfach nicht veröffentlichend. Sie sind auf der Weg! Krieger 6-fach-Plus. Quitsen lassen. Aha. Ich weiß nicht, was das ist. Die rennen alle jetzt mit diesen Teilen noch hinterher, ne? Ich sag's nur. Ich weiß nicht, wie viele vollziele Energie wieder rauszählen können. Wow, Schweber 6-fach-Plus. Ja. Krieger 9-fach-Plus. 3-2-6-fach-Plus. Wie kriegt der das alles, dass man das hält? Ich hab hoch drauf geschaut, das könnten auch 10 oder 8 sein. Ah, das fließt wirklich. Also, ganz, ganz fließt. Ja. Es fehlen so viele Elektronen, der kann ja gar nicht ganz zählen. Genau, Haltung in der Richtung. Kann ich den Leiter nicht in den Arsch schießen. Was ist denn das hier? Egal wer. Ja. Auf jeden Fall. Wer der die Materialien, was der das bleibt hat, soll es jetzt sein lassen. Hä? Sterbe. Ist nichts Neues. Hey. Letztes Mal bin ich nie gestorben. Krieger 9- bis 3-13-fach-Plus ist das hier. 780. Kannst du das so schnell zählen? Ich schau da drauf und dann... Ich schau dir meine Fünferströcke an. Wenn ich jetzt... Wenn ich zwei Fünferströcke sehe, etwa und dann noch nicht was mehr, dann wird super 12. Der hat... Der hat... Der hat... Der hat 10-fach. Der hat... Ich glaub sogar 14. 788.000 Leben. 988.000 Leben. Sooo. Toch! Er hat schon... Ein Vorteil an dem ist, die sind halt immer ein Waufen ein. Kannst doch so lange an den Wennsch die Position halten in der Lösen. Ja, ich sind mal rot. Ja, ich mach das. Er scheinens von rechts zu brennen. Wir sind süß, филin! Wie fühlen Sie? Die beiden Viecher haben, glaube ich, mehr Leben als der Kolossus. Garantiert. J4, Kolossus 14+. Oh, bitte nicht. Das müsste noch kommen. Schweberboss 14+. Das geht einfach nicht. Oh, einer ist fast down. Super gerne Spezialboss. Fast down ist immer noch 12k. Ja, das ist nicht viel. Oh, noch gern, noch gern. Ah ja. Dann stell dich nicht vor, ich muss, weil vor ihm der Logsby noch dahin. Oh. Oh. Ja, jetzt wurde das dann anders. Ach, das haben wir. So, letzte Welle. Und da hinten ist ein DOS, oder? Ist wo? Ja, da hinten kommt ja... Nördlich. Patriarch. Dieben. Mit Heiler. Elf. Mit Heiler. Mit Heiler. Aber hey, wenigstens keine Mutatoren. Ne, aber 17 Heiler. Können spaßig werden. 60 von den Mini-Rennerviechern. Hm. Hm. Ich glaub wir machen mal nochmal nen Henker aus, oder? Ähm. Ich würd fast sagen in dem Fall ja. Oh. Gut. Lass den mal gleich hier hin. Ich würd fast sagen, dass wir den Fokus jetzt einfach auf den stärksten stellen beide, oder? Oh. Meister Gesundheit. Meister Gesundheit. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Let's go. Ähm. Theoretisch könnte ich auch noch nen Kanonenturm, also nen Raketenturm platzieren. Ja, mach mach. Kann nicht schaden. Und egal wo? Soll es halt ne möglichst hohe Rangerback. Ja, dann gib mir mal nen... Da wo Markus steht irgendwo, oder? Hä? Ne. Da wo Markus steht nicht. Da wo Markus steht kommt man ja nicht vernünftig an den Patriarchen drin. Ich glaub er ist ja wohl das Hauptziel, oder nicht? Ich steh grad in diesem Jump Head drin. Innen drin. So. Ja. Dann sag mir wohin mit dem Teil. Weiß nicht, hier? Und der Rest in die Amp, in die Amp, in die Amp. Meine drei Plattformen behalte ich jetzt einfach nur so wichtig. Oh. Klatsch. Ähm. Ja, wir könnten noch ein paar Lücken füllen. Ach klar, das ist ja immerhin der Zerschlagerkerl, oder? Hm. Jo. Der Zerschlagerstar, okay. Boah. Der war ja schlecht. Oh. Ich hab noch Geld. Ja, das ist nur ein bisschen was. Ich weiß nicht, was erste Priorität sein sollte auf den Kerl selber, oder auf die 17 Heiler, die um ihn rum stehen werden. Heiler. Auf jeden Fall. Ich hab'n 17, der ist innerhalb von ein paar Sekunden voll. Okay, ready. Patriot incoming! Potrioten kann man aber, glaube ich, auch auf die Steps lenken, oder? Ja. Ja, kann man. Ja. Mich? Ja. Das war unglaublich hoch. Und wieder ein Heiler down, und wieder ein Heiler down. Ein Heiler down. Und noch einer. Einfach noch nicht so. Ich werde noch ganz viel machen. Allein. Allein haben sie draußen. Drei. Oh, die sind alle hintereinander. Eins, zwei, drei. Auf den Papierarchen. Ja. 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 Ich glaube, ich habe gerade fast mit am meisten Schaden gemacht in der Runde. Aber das hat ja jemand weggeklickt, bevor ich sehen konnte. Hm, was? Mhm. Hm, hm. Was? Laserbrücke. Das sieht interessant aus. Machen wir die noch? Unglaublich kompliziert aus. Ach komm, wir können es uns noch anschauen. Anschauen, okay.